Ja Leute, es geht ab. Es ist wieder soweit. Heute wird gekocht. Es ist noch heute Morgen. Unser Frühstück ist noch weg. Leider waren meine Mama halt nicht zu Hause. Heute gibt es Lammfilet. Natürlich von meinem Lieblingsmetzger, Josef. Da gibt es noch ein bisschen Sippen dazu. Mit schöner veganen Mayo von der Bio-Manufaktur. Dann haben wir hier eine Vitaminbombe, bestehend aus rote Bitte, Focola, Salate, rote Zwiebel, Gurgel, Stamper. Rote Paprika, Wildschwitzchen und Dillkräuter. Also ich halte euch auf dem Laufen. Also Freunde, hier ist jetzt ein bisschen Schaftpulver, süße Paprika, Curry und Currywürze. Und jetzt kommt das Lammfilet. Da machen wir ein bisschen Milch dazu. So. Olivenöl ist schon drin. Und Rommelblumen dann gemischt. Also. Weil nur Olivenöl anzubraten, soll nicht gesund sein. So. Und wie sieht meine Marinade auf, die Tulis? Schaut mal hier weiter. Das ist das Lammfilet vom Dienstag. So meine Freunde, so gut gemacht hier. So. Kam Просто, sag mal wieder mal an die Kameranen. Na klar, doch mal wieder mal. Ich komme doch noch mal mit dem Salat Thanks�ty und servus. Mama ich lesen wieder auf mal! Und naturally Apera usw. Arink, kommt doch nochmal her. Okay, wie kochen wir jetzt. So, wir warten mal rein. Ja, wir kommen rein, muss ich ja rein. Die Kameranen. Also, ich könnte gar nicht viel rummachen. Einfach nur, ja, Süßölz. Und, dann ist das Praktiker-Edelis. Das war's, meine. Ja, brauche ich nicht. So, und dann, alles gut.